Willkommen! Willkommen bei Mr. Cracker Fosker! So, gestern hier Bergen oder was? Bergen oder was? Ey Leute, ihr wart mega geil und... Matzer! Willkommen bei Mr. Fosker Berg! Normal! Arzt mit Zülzüge! Warte, hat's euch auch gut gefallen? Ja! Er ist so fies! Wie gefällt's euch? Sei zu geil, ey! Wie gefällt's euch? Sei zu geil! Leute, wo sind wir hin? Hamburg! Hamburg! Also vergnügen wir! Es ist gerade 9 Uhr durch und wir sind wieder auf der Autobahn! 5 Uhr in Steps! 9 Uhr schon wieder auf der Wege! Wahnsinn! Aber wir sind gut drauf, oder? Sind wir gut drauf, Leute? Die EP ist in der Mischung bei... Tast Null! Richtig geil! Richtig geil! Yeah! Auch Tessinio genannt! Tessinio! Tessinio! Und danach geht's zum Mastering in die Principal Studios nach Münster! So sieht das für mich aus! Und dann ist die EP nämlich... Wann ist die fertig, Jali? Anfang Oktober! Anfang Oktober! Mitte Oktober! Das ist Quatsch! Anfang Oktober wird die gerade erst gepresst! Anfang November wird die fertig sein! Also sagen wir mal Mitte, Ende, Anfang November! Da! Dankeschön! Wie geil ist das denn? Wir grüßen die Autofarm-Mietung Meilmann. Das ist der geilste Schatzgeber auf dem Weg hier. Geiler Scheib. Guck mal, wie geil das ist. Dankeschön. Dankeschön. So, gleich sind wir am Jungfernstieg. Hier geht's richtig ab, oder? Danke an Big Brudels, ey. Für den? Der super Podcast mit Mr. Cracker. Übermal Mr. Cracker. Das hat uns gut gefallen. Big Brudels. Big Brudels, real! Wörst. Blü, 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 blü Swatches, blü, blü, blü Swatches, blü, blü, blü. So. B.P. Die wird auf jeden Fall super, die Blume, und das geilste ist, die können die ganzen Scheiß auch downloaden, bei iTunes und, äh, und, äh, 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 wie heißt das andere noch, Fireloader, äh, äh, Mega Upload, äh, Mega Upload, ja, äh, Schrager, Mega Upload. Schrager. Schrager. Das wäre mein Beispiel. Okay, begrüßen. Wir grüßen Hubert in Thailand mit seinen neun, sechs Frauen, oder vielleicht sind sie mittlerweile sieben, ich weiß nicht. Aber Hubert, viel Spaß noch! Schönen Grüße in Bangkok hier! Und wir grüßen die Reddicks aus Guitarsloh! Der alte, was ist der? Der Earl of Monkberry! Schöne Grüße an den Earl of Monkberry! Schöne Grüße an Monkberry! Ja, im Bergwerk damals, 76! Ich bin der Pass auf, pass auf! Wie? Hey, come on. 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 Thank you. That was from us. Have a great day. Have a great day. Thank you. How was it been? A big applause. Thank you Mr. Cracker. That was Mr. Vodka. Yeah. A 20. This is the end.